Wild. Eine der Wörter 2022 zieht es als Jugendwort des Jahres zur Auswahl stehen. Wild, wohlgemerkt mit Y geschrieben, bedeutet so viel wie heftig, toll, extrem, übertrieben oder etwas ist mehr oder weniger wild. So könnte man das übersetzen. Als Beispiel, ich habe im letzten Fußballspiel vier Tore geschossen und das, obwohl ich am Vortag feiern war. Warum? Ja, ich war halt echt wild oder du bist sehr wild. Das könnte man dann auch zuschreiben, wo jemand, der einfach heftig etwas erlebt oder gemacht hat, in dem Fall, würde da jetzt das Adjektiv wild passen.